Wozu klappt mir das auch mal, dass du ein bisschen verwirrt bist? Ja, aber das passt halt einfach perfekt zu dir, also, oder zu dem Charakter. Wenn du wüsstest, wie meine Baseball Cap aussieht, die ich habe, die würde nämlich genau dazu passen. Okay. Ich sag dir doch, du wurdest einfach dafür geboren, das ist einfach Schicksal. Ja, das passt aber wunderbar mit dem Kleiner zusammen, oder? Ja, eben, das ist einfach Schicksal. Wer schießt da schon mit Lurms? Äh, wahrscheinlich dann. Leicht auf den Knopf gekommen. Ich wollte gerade sagen, der Mordeca. Solange ich den nicht in den Rücken kriege, ist für mich alles in Ordnung. Ich hätte aufs Bein gezielt. Mhm. Ach, ich hätte nur auf den Kopf gezielt. Ich hätte heute noch fast einen Headshot hingekriegt. Warte, was? Mit einer Spider. Ah, okay. Ja, im Moment, so Headshot, so... Oh, ja, genau. Ich hätte dich ziemlich genommen bis hier. Ich dich auch. Ich weiß nicht, was mir wehgetan hätte. Ich habe mal Alpha Strike von 80 oder so. Jetzt kannst du aber nicht alle ins Gesicht. Ja, du kannst eh nur zwei Glätze dich feuern zum Glück. Das reicht doch. Aber die schnelleren Folge hast du. Ich habe es gerade geschafft, einen Urban Mag zu peaken. Ach ja, der war witzig. Mal sehen, ob ich so hoch komme. So. Ah, Lads gehen schon in den Abfang. Engage. Oh, haben die viele Alarms. Ich kriege keinen Run. Relax. Oh, beautiful legs. New Target acquired. Target spotted. New Target acquired. Target spotted. Coming behind you guys in Charlie 3. Careful turn around, everybody. And finally. The Quest, he's just coming up to the airplane now. And he's gone. Down. oh die scheine also die andere lanze von uns scheint auf jeden fall schnelles match gehabt zu haben der gott hat gesagt nach der runde geht er es wäre seine letzte runde der ist schon raus hier dass keiner aus unserem team die ich habe einen in charlie 5 kamen an der backen wir auch charlie 5 hier 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 ECHO OPEN CT 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 Untertorso. Critical damage. Great defense. 6-2, guys. Good kill. Gas kill there. Heat level critical. Override touchdown. Heat level critical. Target spotted. Alter, wer läuft denn dauernd vor die Flinte? Ich lauf den nicht vor die Flinte, du hast bewegt. Nein, wer? Hilfe. Ist doch tot oder nicht? Ja, jetzt ja. Ja, wir sind alle gerade nicht mehr so gut drauf. Der Mordeca ist gut drauf. Hm, doch ganz gut. Oh. Incoming missile. Still getting shot at through Charlie 4. Lighting Charlie 4, Charlie 5. Target spotted. Target destroyed. Running... Running Bravo 4. Ah, ich habe irgendwo etwas gesehen in der Luft. Das war ein ziemlich gutes Game eigentlich. Eigentlich schon. Alle überlebt. Und? Ja. Das war... Ja. Oh, das war ein richtig gutes Game. Guck mal unsere Zahlen an hier. Ich wollte kurz sagen... Guck dir mal unsere Kills an. Ja, der Lanze war nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, der Lanze war nicht schlecht, würde ich sagen. Ich habe mir mal alles so neu gemacht. Ja, das war kein Problem. Und du will kurz gleich ein bisschen mehr machen. Ich habe schon mal einen Fall hatte.